Max Eberl, jetzt Sportdirektor des FC Bayern München, hat eine faszinierende Geschichte über einen früheren Versuch, Xavi Alonso zu Borussia Mönchengladbach zu holen, enthüllt. Vor drei Jahren war Alonso ein wichtiger Kandidat für den Trainerposten bei Gladbach, doch die Zusammenarbeit kam nicht zustande und Adi Hütter übernahm die Leitung. Eberl, der damals bei Gladbach war, hatte den starken Wunsch, Alonso zum Verein zu holen. Er war beeindruckt von den Gesprächen, die er mit dem ehemaligen spanischen Spieler führte. Alonso, der damals die zweite Mannschaft von Real Sociedad trainierte, lehnte das Angebot jedoch ab, da er das Gefühl hatte, dass die Zeit noch nicht reif sei und er mehr Erfahrung sammeln müsse. Obwohl Alonso den Vorschlag damals ablehnte, hat dies nicht unbedingt Auswirkungen auf die aktuellen Verhandlungen um den Trainerposten beim FC Bayern München. Alonso gilt als einer der Hauptkandidaten für die Leitung der bayerischen Mannschaft, doch die Konkurrenz ist groß und auch andere Vereine wie Real Madrid und Liverpool sind an seinen Diensten interessiert. Die Geschichte offenbart Eberls großes Interesse daran, herausragende Talente und Persönlichkeiten nach Gladbach zu holen, auch wenn es nicht immer gelingt, diese Verhandlungen abzuschließen. Unterdessen spekulieren die Fans darüber, wer der nächste Trainer der Bayern sein wird und ob Alonso endlich die Herausforderung annehmen wird, den Bundesliga-Giganten zu leiten. Und Sie, Fan von Borussia Mönchengladbach, was halten Sie von dem bisherigen Versuch, Xavi Alonso zum Verein zu holen? Hätten Sie ihn gerne als Gladbach-Trainer gesehen? Teile deine Meinung in den Kommentaren. Ab sofort steht uns der Mitgliederbereich zur Verfügung, damit ich weiterhin daran arbeiten kann, euch jeden Tag mit allen Neuigkeiten unserer geliebten Borussia zu versorgen. Dank im Wohaus.